Open Source Intelligence ist ein Thema, was wir hier im Podcast schon ein paar Mal gehabt haben. Aber das Potenzial von frei verfügbaren Informationen zur eigenen Risikoerkennung und auch zur Gefahrenabwehr, das wissen die meisten Leute gar nicht, was es da eigentlich so gibt. Und es bleibt auch teilweise noch bisher ungenutzt. Ich habe mir heute einen Gast für euch hier ins Studio geholt, der sich mit diesem Thema wunderbar auskennt. Und ja, dann wünsche ich euch hiermit schon mal viel Spaß bei unserer neuen Folge von BlueScreen, dem Tech-Podcast. BlueScreen, der Tech-Podcast. Ja, und ganz herzliches Willkommen an unseren heutigen Gast in unserem virtuellen Studio. Wir haben den Janis Kinast von Explorator beziehungsweise Palladium bei uns da. Und ich würde sagen, Janis, erzähl doch mal, wer du bist und was du so machst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin selbstständiger Berater in der IT-Sicherheit und OSINT-Analyst. Ich kam im Prinzip aus der IT-Security-Schiene seit jetzt etwas über zehn Jahren nach und nach in das Thema OSINT. Einfach weil, ja, die Menge der Daten, die verfügbar sind und auch einfach genutzt werden können, in der IT-Security eine immer größere Rolle spielen. Ja, absolut. Und ja, wie gesagt, wer den Podcast schon länger hört, ich hatte das ja bei BlueScreen Wissen auch schon mal als Thema gehabt. Vielleicht sollten wir ein bisschen erst mal darauf eingehen für die Leute, die die Folgen damals nicht gehört haben. Was bedeutet denn Open Source Intelligence eigentlich? Wo kommt der Begriff her und was versteht man darunter? Also der Begriff Open Source Intelligence kommt eigentlich ursprünglich aus dem militärischen Bereich. Schon früher wurde bei, ich sag's mal, Konflikten oder Auseinandersetzungen oder auch einfach beim Zusammentragen von Informationen über andere Länder, Situationen, wurden frei verfügbare Medien wie das Radio, Zeitungen oder ähnliches auch in Fremdsprache genutzt, um so Informationen zu erhalten und daraus auch weitere Informationen ableiten zu können. Also das heißt, gerade in Konfliktsituationen oder militärischen Auseinandersetzungen kann ja dann auch aus Zeitungen daraus geschlossen werden, welche Infrastruktur noch intakt ist. Auch wenn man sich dann die Verfügbarkeit von Ressourcen anschaut, wie auch jetzt Lebensmitteln oder ähnliches, daraus können dann Rückschlüsse gezogen werden, welche Versorgungswege oder Infrastruktur eben noch intakt ist oder welche beschädigt ist. Und das hat sich natürlich über die Zeit auch gewandelt mit immer mehr digitalen Informationen und Medien und hat so dann auch entsprechend Einzug in die Wirtschaft gehalten. Und auch heutzutage wird dann einfach das an Informationen, was frei verfügbar ist und frei verfügbar heißt jetzt nicht zwingend, dass man das direkt mit einer Suchmaschine findet oder dass es keine Barrieren gibt. Also auch wenn ich für Inhalte oder Informationen bezahle oder mich bei irgendwelchen Diensten dafür anmelden muss, gelten diese Informationen noch als frei, sofern zumindest in der Theorie jeder die Möglichkeit hätte, auf diese Informationen zuzugreifen. Wenn es natürlich jetzt um behördliche Informationen geht, dann ist das was anderes, da kann nicht jeder drauf zugreifen. Und wichtig ist beim Thema OSINT, dass es um das planvolle, das systematische Zusammentragen von Informationen geht, dass ich die Informationen auch aggregiere und eben auch analysiere. Das heißt, wenn ich jetzt etwas in der Suchmaschine eintippe, das erstbeste Ergebnis anklicke und das, was ich direkt mit dem ersten Blick erfasse, als Informationen verwende, dann ist das keine Open Source Intelligence, weil ich sie weder tiefergehend analysiert habe, noch sozusagen weitere Maßnahmen unternommen habe, um die Informationen anzureichern, zu vergleichen, zu überprüfen. Deswegen, also das wird immer gerne ein bisschen fehlverstanden, dass jede Suchanfrage gleich Open Source Intelligence ist, aber das Intelligence steht aus gutem Grund in dem Wort, ich muss mit den Daten halt auch arbeiten. Ja, also erstmal danke für diese kurze Einordnung, da kommen wir nachher bestimmt nochmal drauf zurück, aber jetzt vielleicht nochmal kurz zurück zu dir. Du hast gesagt, du bist Berater. Wie kommt man denn auf die Idee, sich jetzt auch in Richtung OSINT zu spezialisieren? Also das hat ja mit Sicherheit irgendwie einen Ursprung bei dir. Ja, der Ursprung lag bei mir schon recht früh. Also schon zu Schulzeiten kam man in den verschiedensten Onlineforen oder Communities immer wieder über die Thematiken Doxing und OPSEC. Also das heißt, das heißt eben das Zusammentragen von Informationen über eine Person oder eine Firma, die dann genutzt werden, um dieser Person zu schaden oder auch um diese Informationen dann der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, um dann in der Folge des Missbrauches dieser Daten der Person zu schaden und eben die Gegenrichtung, die OPSEC, also die Operative Security, wo ich eben versuche, meine Daten soweit es geht zu schützen, dass eben keine Rückschlüsse auf meine Person oder Informationen zu mir möglich sind aus meinem Online-Gebrauch oder meinem Online-Umgang. Und das hat sich dann auch durch meinen Karriereweg immer mehr gezogen. Angefangen jetzt bei der Cybersecurity-Forschung, wo man dann, ich sag's mal, Handbücher oder eben Schaltbilder von Chips oder Platinen sich raussucht, um einen Ansatz zu bekommen, wie man ein Gerät übernehmen kann. Ging dann halt entsprechend weiter, als ich dann reiner IT-Security-Berater in der Wirtschaft war mit den Sicherheits- und Risikoanalysen. Und dann war ich bei einer Strafverfolgungsbehörde für knapp fünf Jahre und habe ganz gezielt rein als OSINT-Analyst in dem Bereich gearbeitet. Und spätestens seit dem Punkt ist das auch mein absolutes Hobby geworden. Also auch im Privatleben brenne ich für das Thema. Ja, ich glaube, ein sehr populärer Fall, das Doxing, ist ja der Fall vom Drachenlord gewesen, wo die Leute ja, gut, ich meine, er hat auch freiwillig sehr viel über sich selbst erzählt. Wer das nicht kennt, der Drachenlord ist ein YouTuber mit einem sehr fränkischen Dialekt, der halt auch relativ häufig angefeindet wurde. Und die Leute sind halt komplett darauf eingestiegen, sind dann hergegangen, haben dann quasi nicht nur in Kommentaren, sondern auch mit Reposts und Reaktionsvideos darauf reagiert. Und er hat dann halt komplett die Pille geschluckt und ist immer wilder geworden. Und dann haben die Leute sich da draußen Spaß gemacht, rauszufinden, wo wohnt der, sind dann bei ihm zu Hause sogar gewesen, haben das Haus beschmiert, mit Müll beworfen. Und irgendwann auch mehrere Swattings gemacht, dass sie quasi behauptet haben, da wäre irgendeine Kriminaltat oder Straftat in diesem Haus, sodass dann halt auch die Polizei zum Einsatz kam und das ganze Ding gestürmt hat. Das ist halt eine super ekelhafte Geschichte gewesen. Aber das wäre so ein typischer Fall, wenn man halt auf einmal zur Zielscheibe wird und dann Leute mit Fähigkeiten halt rausbekommen, wer ist das, wo ist das. Das ist halt ähnlich wie, also das Internet kann man so ein bisschen damit vergleichen, wie wenn man halt mit dem Auto fährt. Man hat so diesen Blechkäfig um sich herum und fühlt sich halt unverwundbar, was halt gerade häufig auf der linken Spur dazu führt, dass es dann schon sehr gefährliche Fahrmanöver teilweise gibt. Und im Internet ist es auch ja eigentlich so, jeder glaubt halt, er ist irgendwie privat und hat vielleicht auch keinen Klarnamen, sondern irgendeinen Nickname oder so und meint halt, er könnte jetzt da sagen, tun, posten, was immer er oder sie will, bis halt jemand kommt, der rausfindet, welche Person das ist. Und dann wird es halt leider sehr echt und sehr, sehr realitätsnah, wenn halt dann genau solche Sachen passieren. Jetzt hast du ganz interessanterweise gesagt Strafverfolgungsbehörde. Wie arbeiten denn Strafverfolgungsbehörden mit dem Thema Open Source Intelligence? Ja, die Strafverfolgungsbehörden nutzen Open Source Intelligence natürlich auch im Ermittlungskontext, einfach weil gerade viele Leute sich im Internet anonym oder unverwundbar wähnen, nicht nur, um eben Straftaten im Internet aufzuklären oder eben bei, ich sag's mal, Hetze oder Beleidigung dagegen vorzugehen, sondern auch Delikte, die in der realen Welt stattfinden, werden nicht selten auch mit den Online-Umgebungen verknüpft. Sei es jetzt einfach, weil Personen den Vorfall filmen und das dann auf sozialen Medien hochladen, Sei es, weil die Täter davor, danach, währenddessen Selfies posten. Da fragt man sich manchmal auch, wie man auf diese glorreiche Idee kommt, findet aber durchaus statt. Oder eben auch, wenn Straftäter ins Ausland geflohen sind, da ist es häufig so, dass die trotzdem weiterhin ihre sozialen Medien nutzen oder eben ihre Online-Kontakte aufrechterhalten. Und dann kann man natürlich darüber dann auch den Standort von ihnen in vielen Fällen feststellen und ihrer dann auch im Ausland entsprechend habhaft werden. Also so wie eben andere polizeiliche Maßnahmen dazu dienen, die Ermittlungen zu stützen oder zu unterstützen, wird OSINT eben auch herangezogen, um die ganzen Indizien und Hinweise, die die digitale Welt bietet, neben der Forensik eben auch in das Ermittlungsverfahren einzubringen. Ja, aber wenn ich jetzt ein Foto auf irgendeinem Social Media hochlade, ist es ja meistens so, dass die Betreiber von so einer Plattform diese ganzen Metainformationen aus dem Bild, also welche Kamera war das, wo ist die Geolokation gewesen, einfach aus Platzgründen meistens rausschmeißen, weil je größer das Bild, umso früher muss sich halt Meta oder wer auch immer halt neue Server kaufen. Insofern, wie funktioniert das denn dann? Wie kriege ich das denn hin, aus einem Foto, wo keine Metainformationen mehr dran sind, noch rauszubekommen, wo die Person ist? Ich meine klar, wenn sie sich vom Eiffelturm fotografiert, weiß ich vermutlich, dass das in Paris ist. Aber wie könnte man denn da ansonsten rangehen? Ja, allein das Bild, also ohne die Metainformationen, bietet trotzdem eine riesen Fülle an Informationen. Es gibt viele visuelle Hinweise, die natürlich genutzt werden können, seien es jetzt im Hintergrund Geschäfte, die zu erkennen sind, sei es die Vegetation, sei es der Schattenwurf der Objekte, all das kann genutzt werden, um eben die Geolokation einzugrenzen. Was häufig übersehen wird, ist, dass die ganzen Navigationsdienste, die wir verwenden, unsere ganze Welt ja schon digital abgebildet haben. Und das heißt, ich kann eben gerade über OpenStreetMap, kann ich diese Informationen nutzen, welche Geschäfte, welche Markierungen, welche Straßenverkehrseigenschaften umliegend sind und kann diese dann auch eben als Abfrage an diese Daten- oder Navigationsdatenbanken schicken und kann dann natürlich eben mögliche Standorte erhalten. Also das heißt, wenn ich im Hintergrund sehe, dass da ein Wasserturm steht, ich sehe, dass da eine Brücke ist, dass da ein Fluss ist, dass es eine Fußgängerzone ist oder eine 30er-Zone, eine 70er-Zone, was auch immer, für Verkehrszeichen, weil die gerade natürlich auch für die Navigation alle digital abgebildet sind, und dann kann ich das alles in Relation setzen. Und man ist immer wieder überrascht, wie wenig Informationen notwendig sind, um, ich sage mal, recht präzise einschränken zu können, welche Standorte man hat. Also dann alleine die Kombination von einer Entfernung von einer Brücke zu einer 30er-Zone zu einem bestimmten Ladengeschäft kann ruhig eine Kette sein, ja. Aber alleine dann diese drei Merkmale treffen dann für den ganzen europäischen Raum dreimal auf oder viermal auf, ja. Und dann kann man sich diese Räumlichkeiten einfach auf Google Street View oder ähnlichen Kartenmaterialien einfach im Detail anschauen und, ja, kann dann recht schnell identifizieren, was jetzt der korrekte Standort ist. Und das ist einfach ein Bewusstsein, das vielen fehlt, dass, wenn sie ein Bild machen, sich das Bild ja nicht nur von sich oder von dem Objekt, was sie fotografieren wollen, entsteht, sondern dass halt eben im Hintergrund ganz, ganz viel Informationen aufgenommen werden und auch die Vegetation oder eben der Schattenwurf zu einer gewissen Uhrzeit können absolut ausreichen, um zumindest eine grobe Eingrenzung der Person vorzunehmen. Ich hatte ja mit dir, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, ein paar Tage vorher schon mal kurz über den Scope von unserem Interview gesprochen und da hattest du mir das schon mal erzählt. Und ich habe dann eben mir OpenStreetMap mal angeguckt. Ich wusste, das gibt es, aber ich habe es so noch nie so wirklich in der Tiefe mir mal betrachtet und war wirklich überrascht. Das ist ja nicht nur die Merkmale, wie du sagst, Entfernung von Punkt A zu Punkt B oder eben auch Geschwindigkeitszonen, sondern da stecken ja auch Materialbeschreibungen drin, was ich ja total verrückt finde. Wenn du ein Hochhaus in der Skyline von Frankfurt hast, kannst du halt auch sagen, okay, du klickst mal auf das Hochhaus und dann siehst du, das ist eine Glasfassade, die ist verspiegelt oder da ist Stahl irgendwie sichtbar. Das ist ja faszinierend, wie tief indexiert diese ganzen Gebäude tatsächlich dann auch sind. Und dann kann man sich natürlich auch vorstellen, dass das einerseits aus Sicht von Ermittlungsbehörden sehr hilfreich sein kann. Andererseits macht es aber bei mir im Kopf noch ein ganz anderes Thema auf. Denn wenn ich jetzt heute auf einem Gelände bin, was vielleicht nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist, sei es ein Industriepark oder vielleicht auch ein militärisches Gelände, dann sollte man halt dort tunlichst gar keine Fotos machen, weil natürlich das auch wiederum dazu führt, dass ich halt Informationen preisgebe. Und ich denke, du hast ja auch gerade das Thema O sind auch aus dem militärischen Kontext herausgenommen. Ich habe da auch mal ein bisschen recherchiert und gerade jetzt in der Ukraine-Krise soll es ja auch schon vorgekommen sein, dass Soldaten Selfies gepostet haben und damit halt den Standort ihrer Stellung preisgegeben haben. Richtig. Was auch zusätzlich noch dazu kommt, was du anscheinend bei OpenStreetMap nicht entdeckt hast, es gibt auch eine zeitliche Komponente. Also das heißt, ich kann auch Abfragen tätigen zu einer Relation oder einer Beschreibung für den 17.10.2015. Und das heißt, ich kann eben auch Bushaltestellen, Bushaltelinien, die gar nicht mehr existieren, Gebäude, die gar nicht mehr existieren, dann trotzdem noch Abfragen in der aktuellen Zeit, weil das natürlich damals alles dexiert war und das einfach mit dem entsprechenden Zeitraum oder auch Zeitstempel abgelegt ist und für mich dann zugreifbar ist. Aber ja, also auch gerade bei dem Ukraine-Krieg gab es sehr, sehr viele Obsek-Fehler der Soldaten. Also nicht nur, dass da dann klassische Dating-Apps weiterhin aktiv waren und man dann feststellen konnte, wer sich sozusagen in welcher Richtung, in welcher Nähe aufhält, sondern eben auch, es wurden entsprechende Selfies geschossen, die Handys waren eingeschaltet und ähnlich wie man das mit Mobilfunkzellenabfrage tätigen kann, kann man ja dann auch sehen, dass sich da entsprechende Roaming-Nummern, weil eben aus dem Ausland eingebucht haben, und dann kann man eben auch über die Mobilfunkzellen eine Triangulation vornehmen und so natürlich dann Truppenbewegungen oder auch Personenbewegungen nachvollziehen. Also da gab es gerade zu Beginn sehr, sehr viele Informationen, die ausentechnisch sehr wertvoll waren und auch strategisch sehr viel dazu beigetragen haben, dass eben hier gerade die ersten Interaktionen oder die ersten Angriffe abgewehrt werden konnten. Ja, komplett verrückt. Also, dass sie überhaupt das Handy mitnehmen ist schon... Ja. Aber ja, okay, wir haben alle mittlerweile mindestens eins. Aber ja, du hast zu dem Thema auch auf der ITSA einen Vortrag gehalten. Vielleicht hat den der eine oder andere ja gesehen. Und da geht es jetzt natürlich gar nicht so um das Thema Ermittlungen oder auch Krisensituationen, sondern da geht es natürlich vor allem auch um die ganze Situation für Unternehmen und auch natürlich für private Menschen. Inwiefern spielt denn der digitale Fußabdruck von einem Unternehmen oder von Privatleuten da auch eine Rolle jetzt mal aus dem Blickwinkel Open Source Intelligence? Was kann ich denn mit den Sachen machen als Angreifer? Ja, also, die Daten oder der digitale Fußabdruck eines Unternehmens, die helfen mir grandios bei der Angriffsvorbereitung. Sei es jetzt ein CEO-Fraud, bei dem ich ja den Namen des Geschäftsführers benötige, den man ja im Handelsregister findet. Ich brauche dann dazu ja auch noch die Struktur der E-Mail-Adresse. Auch die lässt sich von Diensten online abfragen oder eben in Leaks und Breaches einsehen, wenn dazu entsprechende Einträge vorliegen. Und auch der Technologie-Stack, der von dem Unternehmen verwendet wird, der ist zum Teil recht transparent oder zumindest teilweise transparent, häufig über Domain-Verification-Keys an der Domain hinterlegt. Und dann kann ich einfach mir anschauen, okay, welche Produkte, wie jetzt DocuSign, Classian oder ähnliches, werden im Unternehmen eingesetzt und habe damit natürlich schon einen sehr guten Einstieg für eine Phishing-Kampagne, da ich weiß, das Produkt wird entsprechend betrieben und kann mir dann Newsletter, Service-Meldungen von diesem Produkt eben anschauen, diese nachbauen und dann an das Unternehmen verschicken. Häufig werde ich damit dann natürlich auch die IT-Abteilung erreichen und wäre damit dann schon direkt an der richtigen Ort und Stelle, um eben mit einer Phishing-Kampagne einen recht großen Schaden anzurichten. Es geht aber auch noch weiter, dass viele Entscheider oder auch viele Unternehmensführer durch die Daten, die sie mit Verknüpfung der Firma im Internet hinterlassen, auch zum Teil, ja, sich angreifbar machen, erpressbar werden. Also gerade wenn man jetzt in den Bereich organisierte Kriminalität geht, der Wohnort, die Kinder, eventuelle Logins für irgendwelche Online-Portale, die dann in Lick- und Preaches auftauchen, können natürlich alle auch im Zweifelsfall genutzt werden, um Druck auf die Personen auszuüben. Aber auf der anderen Seite ist es halt für mich auch wichtig, das im Blick zu behalten, um zu sehen, welche Risiken entstehen für mich. Also ich hatte einmal einen Fall, wo der Admin eines Unternehmens in verschiedenen oder seine dienstliche E-Mail-Adresse in verschiedenen Leaks und Breaches war von eben Hacking-Foren, um Schwachstellen und Exploits anzukaufen. Und natürlich kann man da auf der einen Seite sagen, er war da unterwegs, um sich zu informieren. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, sollte er mit einer Gehaltsverhandlung nicht ganz so zufrieden sein, dann könnten sich daraus natürlich Risiken für das Unternehmen ergeben. Und das zumindest im Blick zu haben, ist auf jeden Fall wichtig. Ja, manche Kunden sind immer recht überrascht, wenn man ins Erstgespräch reingeht und halt sich vorher auch eben mit Domain-Verification und so weiter mal beschäftigt hat. Das ist ja jetzt wirklich kein Hexenwerk. Ich habe da dieses Jahr auch auf verschiedenen Veranstaltungen schon drüber sprechen dürfen, sei es jetzt bei der IHK oder beim Berufsverband der Datenschützer. Wenn man dann reingeht und sagt, also ich habe jetzt gesehen, Sie benutzen ja schon Microsoft 365 und haben den und den E-Mail-Protection-Service davor. Ich würde aber empfehlen, dass Sie vielleicht im Bereich E-Mail-Security noch die SPF-Einträge ein bisschen härter stellen. Und ich habe auch gesehen, Dekim-Demark ist nicht im Einsatz. Und dann fallen die teilweise erst mal komplett vom Stuhl, weil die sagen, hä, woher weißt du nur das? Also wir haben jetzt das erste Gespräch heute. Wie kommst du zu diesen Informationen? Und es ist halt wirklich nicht so schwierig. Also ich kann über eine normale Domänenabfrage bei Google oder MX Toolbox oder auch von der Kommandozeile halt sehr viele Informationen halt schon direkt bekommen. Das ist eine Sache von Minuten. Dann habe ich das. Und die meisten Unternehmer sind sich halt auch gar nicht bewusst darüber, dass sie diese Sachen so freiwillig natürlich preisgeben. Und aus Sicht des Angreifers ist es halt auch ein sehr leiser Angriff, weil ich halt keinen wirklichen direkten Kontakt zu meinem Ziel aufbaue. Also ich muss keinen Port-Scanner auf das Unternehmen loslassen, der dann unter Umständen ja auch zu einem Alarm führen würde, sondern ich nutze halt einfach das, was auf Seiten der Domain-Registrare einfach schon da ist. Oder aber man verwendet halt, ja, auch eben ausendmäßig Informationen, wie du vorhin gesagt hast, die jemand anders für mich schon gesammelt hat. Gerade jetzt im Bereich Schwachstellenscanning zum Beispiel, ein Dienst wie Shodan, der halt auch schon gesehen hat, dass vielleicht hier seit, weiß ich nicht wie lange, ein Remote Desktop Login direkt im Internet hängt. Da gibt es dann auch einen Screenshot dazu. Da steht dann häufig auch schon, wie die Domain heißt, intern und so weiter. Das ist für mich aus Angreifersicht erst mal komplett leise, weil ich habe gar nichts tun müssen aktiv. Richtig. Ja, und auch, was häufig übersehen wird, ist, dass eben Angriffsgruppierungen auch ganz dediziert OSINT-Analysten rekrutieren. Ja, also ich betreibe für meinen OSINT ja auch Monitoring von entsprechenden Chatkanälen, Marketplaces, Foren und so weiter, alles. Und da werden wirklich Ausschreibungen und Rekrutierungen gemacht für OSINT-Analysten, um eben potenzielle Ziele im Vorfeld auszukundschaften und auch einfach zu identifizieren, welche Unternehmen lohnen sich, also welche Unternehmen haben eben einen entsprechend hohen Gewinn oder Umsatz und wo sind eben die Sicherheitsmaßnahmen nicht so scharf oder nicht so strikt gesetzt, um da einfach auch, ja, ich sag mal, eine Kosten-Nutzen-Analyse zu ziehen. Und da haben sich in den letzten Jahren auch mehrere neue Wirtschaftszweige aufgetan, also einmal die Access-Broker, die nichts anderes machen, als, ja, Remote-Zugänge oder auch Exploits zu identifizieren und diese dann anzubieten. Und dann können Hacking-Gruppen eben sich schon direkt den VPN-Login kaufen oder eben schon direkt den fertigen Exploit, um auf den Server zu kommen. Und dann gibt es halt eben auch Appierungen, die halt eben fertige Dossiers über Firmen anbieten. Da gibt es dann auch verschiedene Größenordnungen oder Reichweiten, ja, zum Teil auch aufgesplittet nach Gewerk und da kann man sich dann in Anführungszeichen alles zusammen shoppen, was man für einen erfolgreichen Angriff benötigt und trifft dann diese Unternehmen völlig unvorbereitet. Ja, es ist teilweise wirklich erschreckend, wie billig auch die Daten tatsächlich sind. Also wir haben uns mittlerweile auch angewöhnt, wenn wir im Rahmen unserer BSI-Tätigkeiten zu einem Vorfall kommen, wo es halt dann wirklich um gestohlene Zugangsdaten auch geht, dass wir dann auch mal eben in einschlägigen Kreisen gucken, finden wir die Daten dort schon und was kostet das denn? Und du kriegst halt wirklich einen Adressdatensatz für kleines Geld mit Zugangsdaten. Das ist jetzt wirklich kein teures Hobby, das ist sehr erschwinglich. Und das führt halt dann dazu, was wir jetzt gerade jetzt in der zweiten Jahreshälfte ganz häufig sehen, dass halt eben echte legitime E-Mail-Server mit einer Reputation halt benutzt werden, um dann wiederum Massenangriffe auf weitere Kontakte oder andere Leute von Listen halt einfach benutzt werden. Und ja, es ist leider sehr leicht zugänglich geworden, diese ganze Geschichte. Was man aber auch nicht vielleicht vergessen sollte, ist, dass selbst wenn man seine Arbeit vernünftig gemacht hat, es gibt auch noch eben ähnlich wie bei der OpenStreetMap die Möglichkeit natürlich historisch rückwärts zu gehen. Gut, das Internetarchiv war jetzt im Oktober eine Zeit lang offline nach einem Angriff, aber auch diese Optionen gibt es ja. Ich muss nicht jetzt live auf der Seite gerade eine Information finden, weil vielleicht ist es ja der Snapshot vom letzten Jahr, der mir dann letzten Endes die Info liefert, die ich dann für meinen Angriff benutze. Und auch das wissen viele nicht, dass es sowas gibt wie Archive.org und hier im Prinzip die gesamte Historie von meinem Unternehmen und meiner Domain rückwärts durchsuchbar ist. Ja, absolut. Also gerade auch der überraschend günstige Preis. Wir reden hier von Remote-VPN-Zugängen im Bereich von, ich sag's mal, 50 bis 150 Euro. Also da kostet meistens der Virenschutz, geschweige denn die Firewall, ein Mehrfaches von dem, was im Prinzip hier dann für die Zugänger abgerufen wird. Und da merkt man einfach, dass da bei der Verteidigung in der IT-Security so ein bisschen Ungleichgewicht entstanden ist. Also man setzt sehr, sehr viel auf, ich sag's mal, reaktive Maßnahmen. Ja, aber proaktiv, ja, kann man aktuell noch sehr, sehr viel optimieren für, ich sag's mal, überraschend wenig oder überraschend kleines Geld. Während man halt, ja, bei den Verteidigungsmechanismen im Unternehmen selbst, also um dann begonnene Angriffe zu identifizieren, langsam stagniert, indem man einfach sagt, okay, die Investments, die getätigt werden müssen, um hier einfach noch besser zu werden, die sind einfach immens inzwischen. Ja, natürlich, was auch nicht von der Hand zu weisen ist, ist natürlich auch die Geschichte, dass ich ja vielleicht jetzt nicht ein lukratives Ziel suche, sondern vielleicht ein Ziel ganz absichtlich in die Pleite schicken möchte. Wir hatten jetzt erst im Oktober wieder diverse Schlagzeilen zu solchen Vorfällen, auch Insolvenzen, die damit verbunden waren. Und wenn jetzt der Angreifer eben nicht darauf aus ist, möglichst viel Ransom zu erpressen, sondern vielleicht es auch state-sponsored ist, das Ganze als Angriff, dass ich halt gewisse Industriezweige einfach abschießen möchte, damit die nicht mehr existieren und man sie dann vielleicht billig von einer anderen Seite aus Asien, wo auch immer, herkaufen möchte. Auch das funktioniert natürlich. Ja, und was auch, ich sage mal, übersehen wird, ist, nicht jeder Angriff ist laut. Nicht jeder Angriff zielt darauf ab, mein Unternehmen in die Knie zu zwingen oder mir selbst direkt zu schaden. Es gibt auch viele Angriffe, die dann einfach meine Infrastruktur missbrauchen, um sich selbst zu schützen oder vom Dart aus Angriffe zu fahren. Und es gibt eben auch viele Angriffe, die einfach nur darauf abziehen, Daten, Forschungsergebnisse, was auch immer, zu exfiltrieren. Und das kann dann sich zum Teil über Jahre ziehen, dass bei mir einfach Daten und E-Mails abgegriffen werden und das halt dann eben genutzt wird, um, ich sage es mal, weiß ich nicht, Angebote zu unterbieten, sich selbst in der Forschung voranzubringen. Und das sind eben Angriffe, die so leise wie möglich ablaufen. Das heißt, hier wache ich nicht irgendwann auf und alles ist verschlüsselt. Oder hier stelle ich nicht fest auf einmal, dass bei mir jetzt irgendwelche Hardware anders funktioniert oder sich anders verhält als sonst, sondern es passiert halt einfach still und leise. Und ich werde dann einfach nach und nach wirtschaftlichen Schaden nehmen, der sich dann auswächst, bis, ich sage mal, die Existenz des Unternehmens bedroht ist. Ja, es ist halt auch schade, wie halt die Medien immer damit umgehen. Jetzt gerade der bekannteste Fall wahrscheinlich aus dem Oktober, die Schumack, die ja in die Insolvenz gegangen ist. Da wird dann sofort wieder ein Riesenfass gemacht. Oh, die bösen Cyberkriminellen und so weiter. Man müsste sich halt vielleicht aber auch mal mit frei verfügbaren Informationen beschäftigen. Und da zitiere ich den Robert Wortmann von BreachFM, der da auch letztens einen Rant in seinem Podcast und auch auf LinkedIn dazu hatte. Wenn man mal sich die Zahlen des Unternehmens anschaut, zum Beispiel bei North Data, was ja auch verfügbar ist, ich muss mich teilweise nicht mal anmelden, dann hätte man dort auch schon gesehen, dass das der Firma grundsätzlich nicht gut gegangen ist. Und das war halt der letzte Tropfen, der halt nur noch gefehlt hat, um das Unternehmen letzten Endes in den Orkus zu schießen. Aber da wird dann halt immer sofort natürlich Populismus betrieben und ui, wir brauchen ja vielleicht politisch motivierte Massen, Vorratsdatenspeicherung, Chatkontrolle und wie die ganzen Dinge alle heißen. Das ist halt schade, weil das wird halt verfälscht. Einerseits ist es cool, dass die Medien mittlerweile unsere Welt, in der wir so täglich arbeiten, halt auch mal der allgemeinen Bevölkerung zugänglich macht, aber auf der anderen Seite wird da halt auch ganz schnell wieder ein Politikum aus der ganzen Geschichte. Ja, also das, genau, wird häufig sehr einseitig berichtet. Vor allem gerade bei Ransomware-Vorfällen ist es in den meisten Fällen so, dass die Ransomware-Gangs überhaupt kein Interesse haben, dass die Firma danach in die Insolvenz geht, weil das ja für sie selbst auch geschäftsschädigend ist. Ja, also das heißt, die versuchen natürlich, dass die Firma, sofern sie natürlich kooperiert und zahlt, dass sie da so gut wie möglich wegkommt, weil das erhöht natürlich den Anreiz für alle anderen späteren Opfer, ebenfalls sich kooperativ zu zeigen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und deswegen, ja, finde ich es auch immer ein bisschen kritisch, wenn es dann heißt, oh, wegen einem Cyberangriff in der Insolvenz, auch bei Profit, das ist jetzt, glaube ich, schon zwei Jahre her, dem Fahrradhersteller, auch da war es so, dass es dem Unternehmen absolut nicht gut ging und alles Mögliche hätte das letzte Tropfen sein können. Steigende Rohstoffpreise, eine unterbrochene Lieferkette, also alles wäre im Prinzip der Tropfen gewesen, der das fast zum Überlaufen gebracht hätte. Und das ist dann halt in manchen Fällen auch einfach der Cyberangriff. Hat aber nichts damit zu tun, dass Cyberangriffe zwingend direkt eine Existenz einer Firma auslöschen. Aber nichtsdestotrotz sollte man natürlich sich bestmöglich auch darauf vorbereiten. Auch das ist was, was man leider viel zu häufig sieht, dass es einfach keine Playbooks gibt. Es gibt keine Workflows. Also wie kann ich mich denn als Firma hinstellen und davon ausgehen, dass ich nie in irgendeiner Art und Weise einen Cybervorfall habe. Genauso wie ich natürlich irgendwelche Workflows habe, wenn meine Lieferkette unterbrochen ist oder wenn der Strom ausfällt oder oder. Dann muss ich natürlich auch mich darauf vorbereiten, was passiert, wenn halt einfach mal ein Angriff stattfindet. Jedweder Art, sei es jetzt ein DOS-Angriff, Ransomware oder oder. Und da ist man doch immer wieder überrascht, mit welchen Scheuklappen durchs Leben gelaufen wird. Man hat da auch ein bisschen das Gefühl, dass der Gedanke vorherrscht, naja, ich beschäftige mich nicht damit, weil bei uns wird das nicht passieren und man in Anführungszeichen versucht, sich durch das Ausblenden selbst zu beruhigen und macht das halt alles wesentlich schlimmer, als wenn man halt ganz realistisch sagen würde, auch wenn wir noch so viel in die IT-Sicherheit investieren, geschützt sind wir nur bis zu einem gewissen Grad und auch gerade der Ausfall mit Crowdstrike hat ja sehr schön gezeigt, es muss nicht immer ein Angriff sein. Also Cybervorfälle oder IT-Vorfälle, die können auch einfach so auftreten und ich brauche einfach ja ein Playbook, was ich dann aus der Schublade ziehen kann und sagen kann, okay, jetzt läuft Schema XY ab und so können wir den Schaden für uns so gering wie möglich halten. Das gehört in die gleiche Sparte wie was wollen die denn mit meinen Daten? Genau. Also du sprichst mir aus der Seele wirklich danke dafür, weil ich das immer wieder auch Predige. Also du kannst dir jetzt den vergoldeten Virenscanner kaufen und die versilberte Firewall, aber das hilft dir halt nicht. Business Continuity Management, Business Impact Analysis, sich damit beschäftigen, Notfallpläne und wie du sagst, Playbooks. Situation Brand, Unfall, Diebstahl. Das haben die meisten auf dem Schirm, das kennt man halt, dann rufe ich halt bei meiner Notrufnummer an und dann ist gut. Aber die ganzen anderen Sachen drumherum, eben gerade jetzt aus dem Cyberbereich, die haben die meisten Unternehmen gerade jetzt im Mittelstand, wo wir unterwegs sind, halt überhaupt nicht auf dem Plan und das muss wirklich her. Man muss wirklich jede Situation mal denken, überlegen, wie verhalte ich mich, wenn das passiert und wenn man es dann irgendwann zusammen hat und vielleicht auch sogar einen Wiederanlaufplan schon mal sich vorbereitet hat, dann muss man es auch mal ausprobieren, weil spätestens beim Testen merkt man ja dann auch, ah ja, okay, funktioniert das, da haben wir die Handynummer von dem und dem vielleicht noch im Plan vergessen oder die Nummer der Versicherungspolice für eine Cyberversicherung, die fehlt auch noch, wir kommen sonst nicht an die Daten ran, es ist alles verschlüsselt, also habe ich am Ende nur ein Stück Papier oder vielleicht den Ordner, wo das alles drin ist und das muss getestet werden. Ja, und zum Thema, was wollen die denn mit meinen Daten, das hört man leider genauso oft wie mit ich habe ja nichts zu verbergen, deswegen ist Privacy nicht wichtig und das ist einfach viel zu kurz gedacht, weil es geht ihnen ja nicht ganz speziell um deine Daten, sondern es geht ihnen einfach um irgendwelche Daten und ihnen ist es jetzt egal, ob sie meine Identität oder deine Identität stehlen, wenn sie genügend Informationen darüber zusammen haben, dann können sie mit dieser Identität einfach Kleinkredite beantragen und dann werden drei, vier, fünf Kleinkredite beantragt und dann wacht man eines Morgens auf und stellt fest, hey, ich habe 30.000 Euro Schulden, aber das Geld nie gesehen. Das aus der Welt zu räumen ist dann halt auch ein anstrengender Akt, und den muss man sich nicht zwingend aufbürden. Genauso auch gestohlen Identitäten werden gerne genutzt, um eben Obseg zu betreiben. Das heißt, diese Identität wird dann missbraucht, um Straftaten zu begehen und in erster Instanz steht dann die Strafverfolgung bei mir. Natürlich kann ich in der Lage sein, die Vorwürfe auszuräumen, aber ich muss mich trotzdem mit befassen und jeder, der das deutsche Rechtssystem kennt, weiß, wir reden hier nicht von zehn Minuten, das wird sich über Jahre ziehen und das ist einfach etwas, was, denke ich mal, keiner gebrauchen kann. Ja, auch mit gestohlenen Identitäten wird natürlich auch gerne mal dann ein Bankkonto eröffnet, auch das erleben wir, wobei teilweise musst du einfach auch nur hergehen und die Leute ansprechen, die sowieso wenig bis nichts haben und sagen, hier, geh mal zur Bank, mach da mal ein Konto und gib uns dann die IBAN, damit wir dann dort quasi das Geld hin verschwinden lassen können von dem Angriff, den wir gerade planen. und ja, natürlich, aber wie kann man denn jetzt als Unternehmen überhaupt sich selber davor schützen? Was kann ich tun oder wie kann ich das auch tracken, welche Informationen über mich vorhanden sind? Also klar, Google, ich kann mich selber googeln, aber wie kriege ich es denn sonst noch raus? Ja, Ja, also es schadet nicht, wenn man entsprechend, ich sag mal, mindestens einen Mitarbeiter ein bisschen in den Grundlagen von Osind eben schult, dass der über die Standard-Google-Abfrage auch eben in der Lage ist, jetzt Sachen wie Domaineinträge oder ähnliches sich eben anzuschauen. Es gibt auch, da muss man aber leider sagen, auch viele unvertrauenswürdige Dienstleister, aber es gibt auch vertrauenswürdige Dienstleister, die eben anbieten, so ein Osind-Data-Monitoring eben durchzuführen. Ansonsten ist es auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man natürlich seinen jährlichen oder halbjährlichen Sicherheits-Scan oder Pentest durchführt, dass man da eben auch guckt, dass die Osind-Aspekte mit abgeholt werden. Es ist nichts, was ich jetzt jeden Tag betreiben muss. Es ist einfach nur wichtig, dass ich das in gewissen Iterationen einfach entsprechend abhole und eben trotzdem die ganze Zeit im Hintergrund habe, dass alle Daten, die ich preisgebe, eben auch im Zweifelsfall gegen mich verwendet werden können und dementsprechend ein bisschen Datenhygiene betreibe und mich eben frage, bei allem, was ich öffentlich mache, wie sehr könnte mir damit geschadet werden? Ja, und muss das denn überhaupt sein, dass ich das alles öffentlich mache? Das ist dann, verschwimmen die Grenzen so ein bisschen, wenn man sich jetzt mal guckt, wo wir gerade herkommen im Gespräch. Ja, wir haben jetzt Angreifer, wir haben auch die Absicht, Geld zu verdienen, wir haben vielleicht auch eine Absicht, ein Unternehmen einfach komplett zu beseitigen, aber du hattest vorhin schon das Beispiel mit dem Admin, der in irgendeinem Forum nach Angriffsmöglichkeiten sucht. Das ist halt auch ein Punkt. Ja, meine Mitarbeiter sind alle auch Menschen, die ein Privatleben haben und auch das ist auch Teil von OSINT und man sollte vielleicht auch Aufklärung im eigenen Unternehmen über den Admin und die Geschäftsleitung hinweg betreiben, dass man sagt, Leute, alles, was ihr irgendwie im Internet postet, kann und wird unter Umständen gegen euch verwendet. Jetzt gar nicht mal, um euch als Privatperson direkt zu schaden, sondern vielleicht erpresse ich halt einfach einen Mitarbeiter, weil ich merke, okay, die IT-Security, die ist gut, ich komme hier nicht rein, wir haben keine Schwachstellen, es gibt auch sonst nichts, woran ich mich festhalten kann als Angreifer. Naja, dann suche ich mir halt die am meisten erpressbare Person mit der höchsten Position, die mir dann auch Zutritt verschaffen kann und wenn man da nur lange genug Druck ausübt, ja, dann wird die Person irgendwann einknicken und mir halt einfach freiwillig ihre Zugangsdaten geben und vielleicht auch noch die Multifaktor-Anmeldung bestätigen und dann spätestens sind die Angreifer halt trotzdem drin und das ist jetzt nichts, was irgendwie nur in Hollywood passiert, das ist eine Methodik, die Geheimdienste tatsächlich auch benutzen, wer sich den Film über Snowden angeguckt hat, der hat es da auch gesehen, ja, die NSA hat es auf der einen Richtung nicht geschafft für ihr Ziel, dann wird halt das Umfeld irgendwie infiltriert und manipuliert, bis man halt dann trotzdem an den Punkt hinkommt und das gilt natürlich genauso für Unternehmen. Ja, und auch, wir haben nochmal kurz zu der Ransomware-Thematik zurückgehen, also viele bieten auch Ransomware-as-a-Service an, wo man dann als Affiliate entsprechend prozentuale Abschläge bekommt und das wird einfach auch häufig vergessen oder aus den Augen gelassen, dass die Mitarbeiter, die ich beschäftige, eben auch finanzielle Bedürfnisse haben, ja, um eben ihr Leben führen zu können, ja, und dass die halt auch im Zweifelsfall, ich sag mal, ja, ihre eigenen Bedürfnisse selbstverständlich über die meines Unternehmens stellen, ja, das ist als Gründer oder als Unternehmensleiter vielleicht jetzt weniger im Fokus oder im Schirm, ja, weil man natürlich das Unternehmen irgendwo als sein Lebenswerk oder ähnliches betrachtet, ja, aber das trifft halt nicht auf jeden Mitarbeiter zu und wenn ein Mitarbeiter da einfach die Chance hat, eventuell ad hoc, weiß ich nicht, 50.000 oder 10.000 Euro zu verdienen und das vielleicht auch dann gar nicht auffällt oder auffliegt, weil jeder Mitarbeiter kann natürlich auch unabsichtlich auf einen Phishing-Link klicken und damit einen Ransomware-Angriff auslösen, ja, dann ist das auch einfach ein gewisser Anreiz, der nicht zu vergessen oder nicht zu übersehen ist und das ist auch ein Punkt, der häufig vernachlässigt wird, einfach in Täter-Szenarien, ja, das ist gar nicht böse gemeint, das heißt nicht, ich soll meinen Mitarbeitern misstrauen, sondern einfach, ich bin nicht in der Lage, mich in jeden Mitarbeiter und in seine Situation rein zu versetzen und ob es jetzt durch Erpressung passiert oder ob es durch finanzielle Anreize passiert, wenn ich die Berechtigung meiner Mitarbeiter auf das absolute Minimum reduziere, das sie benötigen, um ihre Arbeiten auszuführen, dann schütze ich auf der einen Seite das Unternehmen und auf der anderen Seite eben auch meinen Mitarbeiter, weil wenn der Mitarbeiter versehentlich eine Infektion auslöst und aber aufgrund fehlender Zugriffsberechtigungen dann eben nicht das Gesamte, sondern nur ein Teil des Netzwerkes befällt, dann entlasse ich damit natürlich auch meinen Mitarbeiter oder zumindest das Gewissen meines Mitarbeiters und wenn Datendiebstahl passiert, dann können es schon mal nicht die gewesen sein, die keinen Zugriff haben. Das wird auch immer gerne vergessen, jeder versucht immer so viele Zugriffsrechte oder so viele Privilegien wie möglich zu hamstern und ich sitze immer bei den Kunden da und die sagen mir, ah, ich gebe ihnen Zugriff auf unseren SharePoint oder sonst irgendwas und dann sage ich immer, nee, nee, will ich gar nicht haben, stellen sie mir nur dieses Dokument, was ich brauche, zur Verfügung, aber dann können sie mal durchsehen, nein, ich möchte nur die Informationen, die ich zum Arbeiten brauche, alle anderen brauche oder möchte ich gar nicht, ja, weil so bin ich schon mal direkt außen vor, wenn dann irgendwelche Dokumente in die Öffentlichkeit gelangen oder wenn irgendwie der SharePoint kompromittiert wird, ja, also es gibt auch eine gewisse Entlastung oder eine, ja, einen gewissen Boni im Prinzip, wenn man eben keine Berechtigung hat und das hat einfach nichts mit Vertrauen zu tun, also. Ja, es ist teilweise gruselig, wie schnell man globale Adminrechte vom Kunden kriegt und ich sage dann auch immer, wie du, nee, nee, Leser, bitte, ich will hier nichts administrieren, ich bin hier nur zum Überprüfen da, ich kriege nachher eine Liste von uns, welche Probleme wir gefunden haben und dann können wir die gerne zusammen beheben, aber ich will diese Rechte ja gar nicht haben, aber kriegst du sofort. Ähnlich wie, ruf irgendwo an und sag, du bist von der Firma ABC Consulting und du hast den Auftrag von, ja, irgendeinen Namen einsetzen, Geschäftsführer, IT-Leiter, was auch immer, du sollst da auf dem Rechner mal was machen. Das Thema Identifikation bei Fernwartung haben die Leute auch nicht auf dem Schirm. Ja, also ich lasse mir grundsätzlich auch mal einen Ausweis in die Kamera halten, wenn jemand bei mir Fernwartung macht, was so gut wie nie vorkommt, aber dennoch mal passieren kann, aber die Leute lassen dich rauf, weil die haben ihren Kopf in ihrem Job, die wollen halt einfach gerne weiterarbeiten und das ist halt dann so ein lästiges Nebengeräusch. Ja, ja, komm, lass den schneller rauf, der wird schon wissen, das passt schon und da steckt eine ganz, ganz große Gefahrenmenge drin. Da an der Stelle vielleicht auch mal die Frage, würdest du sagen, dass heute Angriffe eher noch auf technischer Natur wirklich funktionieren? Klar wird es, wenn Unternehmen schwer verwundbare Systeme direkt ans Internet hängen, klar, dass das funktioniert oder würdest du sagen, gerade Social Engineering in Kombination mit Open Source Intelligence führt eher zum Ziel heute? Da auf jeden Fall Zweiteres, also viele Angriffe von denen, die man sieht, die basieren einfach auf Open Source Intelligence oder Social Engineering oder eine Kombination von beidem, ja, weil auch das, ich sag's mal, das Aufspüren von kompromittierten Zugangsdaten, ja, zählt ja auch einfach in dem Bereich Open Source Intelligence und auch das Ankaufen von Informationen über Access Broker, weil theoretisch kann die ja jeder kaufen, ist einfach noch Open Source Intelligence und natürlich gäbe es bestimmt noch die Möglichkeit, bei den heutigen ganzen Schutzmechanismen, sich irgendwie durchs Unternehmen zu bewegen, aber es ist halt enorm zeitaufwendig, es ist enorm risikoreich, weil es einfach viele mögliche Stellen gibt, an denen ich entdeckt werde und viel einfacher ist es natürlich, wenn ich, ich sag's mal, 50 Euro in die Hand nehme, sich dann mit einem bestehenden Nutzer-Account im Netzwerk bewegen kann, weil ich damit natürlich dann einfach durch viele Gateways oder durch viele Sicherheitsmechanismen einfach so durchmarschieren kann und deswegen, ja, also man sieht ganz stark, dass der Trend in die Richtung geht, dass eigentlich nur noch Aus sind und Social Engineering eingesetzt oder verwendet wird, ja, und dementsprechend, umso wichtiger wird natürlich das Thema, dass ich meinen digitalen Fußabdruck, des Unternehmens und auch der Mitarbeiter einfach kenne, um das Risiko ausreichend adressieren zu können und um die Awareness einfach entsprechend schaffen zu können, ja, auch als Arbeitnehmer, ich hab nicht mal auf den Hotelbuchungs- oder Hotelverifikationslink geklickt, dass die Assistenz der Geschäftsführung für mich gebucht hat, weil sie mir nicht Bescheid gesagt haben, dass sie jetzt ein Hotel über meine E-Mail-Adresse buchen, ja, da hab ich dann erst zum Hörer gegriffen, durchtelefoniert und gesagt, habt ihr gerade ein Hotel gebucht? Ist das das und das? Okay, dann klicke ich jetzt auf den Link, ja, und genauso, wenn einfach es gang und gäbe ist, dass die IT mich um das genaue Zeitfenster einer Remote-Wartung informiert und dass auch die externen Dienstleister nicht einfach so vor der Tür stehen, sondern das bekannt und angekündigt ist und dann am besten auf dem Gelände noch begleitet werden, dann fallen solche Sachen, die außer Norm sind, einfach auf, ja, und wenn man dann die Mitarbeiter noch dazu trainiert, lieber zweimal zu viel rückzufragen, ja, und halt auch eine gesunde Fehlerkultur implementiert, ja, dass jeder ohne Bedenken vor irgendwelchen Nachteilen sagt, oh, ich hab da aber jetzt auf den Link geklickt oder oh, die E-Mail sieht im Nachgang doch etwas seltsam aus, ja, oder, da ist mir Folgendes passiert, dann erhöhe ich einfach die Sicherheit meines Unternehmens enorm, ohne dass ich jetzt Riesenmengen an Geld in die Hand nehmen muss, ja, das sind, also viele reden von Bordmitteln immer von, ja, ich härte das System oder ähnliches, ja, aber für mich zählt zu Bordmitteln auch, dass ich einfach transparent, offen mit meinen Mitarbeitern umgehe, weil die Mitarbeiter sind einfach die erste und die beste Verteidigungslinie des Unternehmens. Ja, es ist ein bisschen wie ein Float-Zirkus hüten mittlerweile geworden leider, also aus Sicht der Entscheider wollte ich tatsächlich nicht tauschen, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber wir haben jetzt schon ein paar ganz wichtige, wie man heute sagt, Key Takeaways aus dem, was wir so gesprochen haben, einerseits, man kann sich ein Unternehmen wie deines zum Beispiel holen, was dann eben auch guckt, wie ist denn meine Angriffsfläche, was habe ich denn möglicherweise für Dinge, die mir zum Nachteil gereichen können, also das heißt, jemand, der jetzt hier unseren Podcast gerade hört und sagt, Mensch, das wäre doch mal was, da würde ich gerne mal gucken, Kontaktdaten vom Jannis findet ihr unten, wie immer in den Shownotes, guckt da gerne mal hin, aber auch das Thema Mitarbeiterausbildung, Weiterbildung, gerade von den Admins ist ein Thema und auch das kannst du tatsächlich ja anbieten. Du bist als Trainer für die Q-Skills im Einsatz aus Nürnberg, da gibt es zwei Kurse, die ich von dir gefunden habe, einmal der OSINT Basics, der SC350 und der OSINT Practitioner, die SC355, da wäre tatsächlich der nächste Termin schon in der Woche vom 9. bis 13. 12. Also wer jetzt sagt, Mensch, das wäre auf jeden Fall auch ein Thema, ich würde gerne meine IT-Mitarbeiter oder auch den Geschäftsführer vielleicht mal in die Richtung weiterbilden, guckt da auch mal unten in die Shownotes rein, da haben wir auf jeden Fall auch Links dazu, damit ihr da auch dann in die Lage kommt, weil sonst finde ich ein bisschen schwierig, immer wenn man sagt, ja man könnte und sollte, das ist so ein bisschen, man müsste mal, der Mystizismus sozusagen, sondern dass man auch wirklich da ein bisschen direkt eine Handreichung gibt, wie man denn dann tatsächlich da auch weitermachen kann. Ja, da muss ich auch sagen, das finde ich mit Abstand den besten Baustein jetzt bei dem kommenden NIST 2, Umsetzungsgesetz oder Gesetzesvorlage, dass da ganz klipp und klar drinsteht, dass eben die Geschäftsführer und die Entscheider entsprechende Cyber Awareness oder Cybersicherheitsschulung besuchen müssen, ja, weil wie soll ich mich denn einem Risiko adäquat annähern oder adäquat über ein Risiko entscheiden, wenn ich eben die Hintergründe nicht habe und ich verstehe es absolut, dass man als Geschäftsführer, Geschäftsleitung mehr Themen auf dem Tisch hat, als jetzt irgendwelche Schulungen oder Fortbildungen, aber genauso wie bei den Mitarbeitern muss auch der eigene Wert einfach regelmäßig erhöht oder verbessert werden, weil die IT-Landschaft so schnelllebig ist und das ist, glaube ich, einer der effektivsten oder effizientesten Maßnahmen, die in den ganzen letzten Gesetzesvorlagen verabschiedet wurde. Deswegen, genau, also da Schule hilft sehr, sehr viel. Ja, absolut. Selbst wenn das Unternehmen jetzt nicht unter NIST 2 fällt, ist es ja auch vorher schon so gewesen, am Ende beißen den Geschäftsführer die Runde. Der Mitarbeiter kann natürlich möglicherweise dann auch mal herangezogen werden, weil er sich absichtlich vielleicht falsch verhalten hat, wenn man es ihm nachweisen kann. Aber auch vor NIST 2 war das schon ein Thema. Die Geschäftsführer müssen halt am Ende dafür gerade stehen und durch NIST 2 ist es jetzt natürlich nochmal wesentlich schärfer geworden, weil wenn man sich die Strafen auch anschaut, die da, je nachdem in welche der verschiedenen Sektoren man reinfällt, wirklich teilweise drakonisch sind, also wir reden hier von 10 Millionen oder 1,4 Prozent vom Jahresumsatz. Das, was höher ist, ist dann letzten Endes das, was zählt, plus Androhung von Enthebung aus der Rolle des Geschäftsführers, plus, 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 plus. Und ich erlebe aber immer noch von denen, wir haben jetzt dann 40.000 Kritis-Unternehmen in Deutschland, on top zu denen, die schon vorher da waren, aber wenn man in die Gespräche geht, wohl wissend, dass dieses Unternehmen vielleicht ein Lebensmittelhersteller ist oder Abfallentsorgung, Siedlungsabfallentsorgung und das Thema anspricht, ah ja, nö, wir glauben nicht, dass wir da reinfallen. Sag ich, doch, ihr fallt da rein, guck mal, hier, Betroffenheitsprüfung vom BSI, guck mal rein, du bist jetzt da dabei. Dann wird sich eher damit beschäftigt, wie kann man es denn umschiffen, indem man irgendwelche Geschäftszahlen dann halt so anpasst, dass man dann vielleicht wieder drunter fällt, als dass man sich damit beschäftigt, sich halt mal vorzubereiten. Und das ist tatsächlich leider ziemlich traurig, die Situation bei uns. Ja, und da muss man ja auch sehen, also NIST 2 fordert ja eben gerade viele Konzepte wie Business Continuity Management und so weiter alles. Und das sind ja Anforderungen, die mich und mein Geschäft schützen. Also, die sorgen ja dafür, dass meine Verluste oder meine Schäden wesentlich, wesentlich geringer sind. Das heißt, eigentlich aus meiner Sicht, wenn man sich damit befasst, ist es ein No-Brainer, auch wenn man nicht unter NIST 2 fällt, eben diese Sachen vorzubereiten und in der Schublade liegen zu haben, weil keiner verliert gerne Geld und keiner schädigt sich oder sein Unternehmen über die notwendigen Maße und dementsprechend sollte das einfach jeder auf dem Schirm haben oder sich entsprechend damit beschäftigen. Und ja, ich höre immer die Zahl von 40.000 Unternehmen, die dann unter NIST 2 fallen, aber seien wir realistisch, es werden viel, viel mehr sein, weil in NIST 2 wird nämlich auch gefordert, dass eben die Lieferketten ein ähnlich hohes Sicherheitsniveau aufweisen. Exakt. Und das heißt, von diesen 40.000 Unternehmen werden, ja, ein nicht zu vernachlässigender Anteil eben genau dieselben Anforderungen auch an ihre Zulieferer durchreichen, weil sie eben die Sicherheit ihrer Lieferkette sicherstellen müssen und dementsprechend wird sich das enorm multiplizieren, aber auch da wieder, selbst wenn ich kein Zulieferer bin von einem Unternehmen und ich nicht unter NIST 2 falle, Thematiken wie Disaster Recovery, Business Continuity Management, die sind dafür da, um Schäden und wirklich Geld, was mir durch die Lappen geht oder was ich da verliere, so gering wie möglich zu halten, ja, also das heißt, auch dann sollte ich mich von meiner Seite aus selbst damit befassen und auch selbst sozusagen als Geschäftsführer dann mich entsprechend weiterbilden oder mich darauf vorbereiten, weil wenn man ein Playbook hat für alle möglichen Vorfälle oder alle möglichen Unterbrechungen, die meinen Geschäftsbetrieb betreffen können, umso schneller bin ich eben wieder oder umso geringer fallen die Einschränkungen aus, wenn ich genau weiß, okay, wenn die und die Komponente ausfallen, dann können wir aber zumindest noch die Sparte ohne Einschränkung weiter betreiben und das ist aber nichts, was man im Hinterkopf hat, wenn in Anführungszeichen die große Panik aufsteigt und alle erstmal ganz hektisch durcheinander rennen, rumtelefonieren und versuchen festzustellen, was das überhaupt gerade passiert, ja. Ja, absolut, man muss ja auch mal eins sagen, es gäbe das Gesetz nicht, wenn es nicht nötig wäre. Wenn alle Unternehmen das schon seit 20 Jahren so betreiben würden, gäbe es diese Rechtsprechung nicht, die jetzt neu kommt, weil dann wäre ja alles schick, dann muss ich ja nichts tun, aber es ist auch umso besser, dass das halt auch von europäischer Ebene in die jeweiligen Länder getragen wird, weil gerade in der Beziehung eben mit anderen Ländern, Produktionsstandorte in anderen Ländern und so weiter, ist es halt einfach so wichtig, wirklich das Thema von vorne bis hinten auch auf dem Schirm zu haben. Ja, deswegen finde ich es so schade, dass die NS2-Gesetzgebung hier bei uns, zumindest was die Behörden angeht, so massiv beschnitten wurde, weil auch da finde ich, es sollte nicht nur die Bundesbehörden betreffen, auch Städte oder Kommunen, die ja dann auch meine Daten verwalten oder die im Zweifelsfall eben auch gerade für die Infrastruktur oder das Gemeinschaftsleben unentbehrlich sind, gerade die sollten ganz, ganz dringend da aktiv werden bei dem Bereich und genau die hat man dann aber von der Rechtsprechung ausgeklammert. Ja, wobei ich da ein Bewusstsein feststelle. Ich habe mehrere Städte in der Kundschaft und ich frage dann auch immer, wie kommt es dazu, dass wir jetzt trotzdem in dem Bereich was tun und ganz häufig höre ich halt, wir wollen halt nicht die Nächsten sein, die in der Presse sind. Also gerade so der Fall in Anhalt-Bitterfeld, der hat halt schon vielen auch die Augen geöffnet und dann wird auch hier tatsächlich mal was unternommen. Also ich merke schon, dass da ein Umdenken stattfindet, obwohl man nicht dazu verpflichtet wäre. Weil letzten Endes, wenn du sagst, wenn es dann um solche Dinge wie Bürgergeld geht oder eine Gewerbesteuer, die ich nicht mehr eintreiben kann, dann hat eine Stadt halt ganz schnell ganz gewaltige Probleme und das will halt niemand mehr heutzutage. Zumindest die meisten nicht. Also es gibt mit Sicherheit auch Städte, die da anders denken, aber ich merke bei den Städten, die bei uns in der Betreuung sind, dass die schon umdenken. Ja, das ist auf jeden Fall schön zu hören oder ein schöner Lichtblick, weil ich hatte jetzt nur die Gesetzesvorlage oder den Entwurf für das Gesetz entsprechend in den Händen und habe es beim ersten Mal durchlesen, saß ich dann da und hatte die großen Fragezeichen im Gesicht, warum eben gerade Landkreise, Kommunen und, und, und davon ausgeklammert sind. Auch wenn das jetzt, ich sag mal, das Gemeinschaftsleben nochmal unmittelbarer betrifft, als wenn jetzt irgendein regionaler Lebensmittelproduzent ausfällt. Ja, weil, ja, ich denke mal, keiner ist so umfassend Lebensmittelproduzierend, dass das dann wirklich ganze Supermärkte betrifft, sondern es sind ja dann immer Sparten. Ja, dann ist vielleicht die Fleischversorgung betroffen oder eben die Brotversorgung oder, oder. Ja, aber es ist ja nicht so, als gäbe es dann keine Lebensmittel mehr. Während halt, wenn die Gemeinde betroffen ist, ja, dann merkt man das direkt oder unmittelbar, vor allem halt die Personen, die auf die Unterstützung oder auf die Zuarbeit von Gemeinden angewiesen sind. Ja, kritisch wird es halt, wenn meine Lieblingsbiermarke betroffen wäre zum Beispiel, dann hätte ich damit schon ein ernsthaftes Problem. Absolut, ja. Ja, gucken wir mal so ein bisschen in Richtung Zukunft. Jetzt haben wir ja doch schon einige Szenarien hier aufgemacht, die zum Problem werden können. Wir haben aber auch jetzt seit etwas über zwei Jahren eine ganz neue Wild-West-Welt da draußen, gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz. Also es gibt schon länger KIs, aber ChatGPT hat es halt sehr zugänglich gemacht. Wie würdest du denn sagen, wird sich denn diese Situation die nächsten Jahre noch verändern und welchen Einfluss hat vor allem künstliche Intelligenz dabei? Also künstliche Intelligenz ist in meinen Augen einfach ein Katalysator. Er beschleunigt einfach vieles, sowohl auf, ich sag mal, der Täterseite. Also ich kann mir über die künstliche Intelligenz maßgeschneiderte Phishing-Mails schreiben lassen, wenn ich ihr nur die richtigen Social-Media-Profile zur Verfügung stelle. Genauso kann ich aber natürlich auch die KI nutzen, um eben wesentlich besser Anomalien im Datenverkehr, Anomalien im Nutzerverhalten und so weiter alles zu identifizieren, um hier frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen. Also dementsprechend, ich sehe das einfach als Beschleuniger. Das Rad der Innovation dreht sich jetzt einfach eine ganze Runde schneller als eben vor diesen zwei Jahren. KIs können auch bei OZEN-Analysen enorm zuarbeiten. Aber aus meiner Erfahrung wirklich einfach nur zuarbeiten, weil eben gerade bei dem OZEN eine sehr, sehr starke Gewichtung auf der Analyse liegt. Und man kann nicht generisch herangehen und sagen, aus den Daten kann ich diese Parts gebrauchen, sondern ich schaue mir die Daten an, gucke, welche Metadaten habe ich, gucke, welche Audio- oder visuellen Informationen habe ich und kann dann entsprechend nach Quelle der Daten prüfen, was davon ist, wie vertrauenswürdig und dementsprechend, wie viel Gewichtung messe ich dementsprechend bei. Und das ist einfach eine, ich sage es mal, Detailabschätzung, die zur Zeit von künstlicher Intelligenz noch nicht umgesetzt werden kann. Aber künstliche Intelligenz kann mir natürlich gerade bei größeren Datenmengen enorm helfen, die wichtigen Punkte zu finden oder auch einfach große Datenmengen vorzusortieren oder vorzuanalysieren. Aber in meinen Augen fehlen da noch ein paar ganz, ganz elementare Schritte, bis ich sagen kann, okay, ich kann diese Analyse der KI überlassen, einfach weil es so viele Möglichkeiten gibt, aus unterschiedlichsten Informationen dann in der Analyse weiterzugehen. das lässt sich aktuell noch nicht abbilden. Also ich bin fasziniert, welche Möglichkeiten die LLMs aktuell bieten. Man darf halt aber nicht der Versuchung erliegen und denken, dass da halt eine Intelligenz dahinter steht. Überspitzt gesagt ist das eigentlich nur das klassische T9 vom Handy, halt auf Steroiden, wenn man das so betonen möchte. Aber der Punkt ist halt, es wird mit Wahrscheinlichkeiten von Textzusammenhängen gearbeitet und eben noch keiner echten Intelligenz, die im Einzelfall anders entscheiden könnte. Aber als Assistent, deswegen heißt es ja auch immer künstliche Assistenz, erleichtert einem das gerade, ich sage jetzt mal, Datenarbeiten enorm. Aber gerade bei OSINT musste ich feststellen, man kommt nicht umhin, selbst nochmal einen Blick drauf zu werfen, weil ja nicht nur das Vorhandensein der Daten wichtig ist, sondern halt auch eben die Einschätzung der Verlässlichkeit. Weil Metadaten können auch recht einfach selbst manipuliert werden und dann muss man einfach prüfen, ergibt diese Datenkonstellation Sinn oder ist die plausibel, nachvollziehbar und man muss eben auch in gewissen Bereichen ja auch mal nur Indizien nachgehen und gucken, ob die zu dem nächsten Beweis führen und kann halt sich halt nicht einfach auf ein Schema F verlassen. Aber umso wichtiger ist es halt, dass man da eine Systematik drin hat und eben gerade bei diesen initialen systematischen Prozessen unterstützt das enorm. Ja, jetzt entwickelt man natürlich da einen Blick für, wenn man das Ganze beruflich macht. Wir haben auch vorhin schon so ein bisschen die Berufsparanoia rausgehört zu dem Thema Hotelbuchungslink. Wie gehst du denn im Privaten damit um, wenn dir irgendwo auffällt, dass jemand sich halt gerade ganz unabsichtlich vielleicht so verhält, dass er halt einfach Modelle füttert oder auch Schwachstellen preisgibt, Angriffsfläche bietet? Weißt du die Leute da noch drauf hin oder hast du es mittlerweile aufgegeben? Nein, ich weise die Leute damit oder immer darauf hin und versuche auch immer in meinem Umfeld, ich sag mal, ein Bewusstsein für zu schaffen. Aber es ist halt auch einfach ganz, ganz wichtig, da dann nicht zu verurteilen oder Personen zu verdammen, weil jeder von uns hat sein ganz eigenes Leben und auch seine ganz eigene Risikoappetit, sag ich mal, oder auch sein ganz eigenes Risikoprofil. Und natürlich weise ich Leute dann darauf hin, wenn ich jetzt sehe, dass beispielsweise Passwörter recht knapp sind oder eben vertrauliche Daten dann in irgendwelche KIs eingesprochen oder getippt werden. Aber wenn die Person sich aktiv dafür entscheidet, das weiterzuführen, dann ist das für mich auch in Ordnung. Also dann ist die Person für mich nicht automatisch ein schlechter Mensch. Aber ich möchte das halt einfach für mich nicht. Also ich arbeite auch ausschließlich mit lokalen KIs bei mir. Ich habe meinen Desktop-Rechner dementsprechend einfach wesentlich potenter aufgebaut, dass ich halt auch einfach hier beispielsweise von Meta das Lama 3.1 lokal laufen lassen kann, auch wenn es dann mal gerne 70 oder 90 Gigabyte frisst auf der Platte. Aber das ist ja das Schöne an den aktuellen oder an den modernen Technologien, dass ich die Wahl habe, wenn ich mich dafür entscheide, mich damit zu befassen. Und auch in meinem direkten Bekanntenkreis nutzt nicht jeder einen Passwort-Manager oder oder. Ich weise drauf hin, aber wenn die Personen für sich entscheiden, dass das nicht nach ihren Bedürfnissen ist, dann ist das für mich auch völlig in Ordnung. Ja, ich mache es ähnlich, aber du hast halt einfach oft ein Augenrollen, wo dann die Leute sagen, jetzt kommt der wieder mit seinem Quatsch um die Ecke, was dem immer alles so durch den Kopf geht. Aber ja, es ist wichtig, da nicht aufzuhören, auch eben im Bereich Freunde, die vielleicht auch noch Kinder haben, dass man da auch mal ab und zu mal so fallen lässt, hey, ist das jetzt eigentlich Absicht, dass das Kind jetzt da YouTube, nicht Kids, sondern normales YouTube, unbeaufsichtig die ganze Zeit konsumiert, einfach weil man ja auch selber weiß, was da halt alles passieren kann und was für Inhalte da sind. Und ja, absolut super wichtiges Thema. Genau, ja, auch das Fotografieren und Online-Stellen von Kindern, das ist auch immer so ein Punkt, wo ich dann versuche, ein bisschen Awareness zu schaffen, weil das natürlich auch einfach für das Kind aktuell und auch später gewisse Risiken birgt und häufig vergessen wird, dass auch wenn es jetzt ein Kleinkind ist, dass es ja trotzdem ein eigenes Individuum ist und man sich halt einfach fragen muss, möchte das Kind das jetzt gerade vielleicht? Es mag dem einen oder anderen vielleicht etwas affig erscheinen, aber ich beispielsweise frage meine Kinder, ob ich ein Bild machen darf jetzt gerade oder ob sie möchten, dass ich das fotografiere und wenn sie Nein sagen, dann ist das so. Also ich lade die Bilder selbstverständlich nirgendwo hoch, aber es ist für mich einfach wichtig, dass auch die Kleinen einfach schon von früh an einfach ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, dass jetzt überall Bilder gemacht werden, keine Selbstverständlichkeit ist und dass man eben auch selbst über seine Daten wie jetzt das Erstellen eines Bildes entscheiden kann. Und das Recht halt dann auch einfach respektiert oder akzeptiert wird. Ja, die Kinder haben da genauso Rechte und jedes Bild von einer Person, sei es jetzt Erwachsener oder Kind, hat trotzdem biometrische Merkmale, die dann irgendwann vielleicht mal zu einem Problem werden könnten, je nachdem, wo die Bilder hinkommen. Und ich kann auch immer nur wieder mit dem Kopf schütteln in WhatsApp, Stati oder auf Meta oder sonst wo auf Insta, was da für Fotos unterwegs sind. und es ist wirklich schlimm geworden, weil halt einfach so kopflos drauflos fotografiert wird überall. Es ist gut, dass es Kampagnen dagegen gibt oder die da auch aufklären. Die Telekom hatte ja da letztes Jahr eine recht große Kampagne aus diesem ganzen Rahmen gegen Hass und Hetze im Netz und auch zum Thema mit dieser Mädchen Ella, wo ja aus einem Kind quasi eine junge Heranwachsende generiert wurde, die dann die Eltern quasi im Kino aufklärt, so hey, ich will nicht, dass ihr das macht und bitte denkt vorher drüber nach, aber es ist immer noch viel zu wenig in den Köpfen drin. Also ich denke, in unserer Hörerschaft hier vom Podcast und auch in der Bubble, wo ich mich bewege, die Leute, die es beruflich machen, denen dürfte das klar sein, aber es gibt da natürlich noch jede Menge anderer Menschen, die halt eben das gar nicht auf dem Radar haben und man kann es einfach nicht oft genug sagen. Absolut. Da stimme ich voll und ganz zu, vor allem, weil wir ja aktuell nur den Beginn, sage ich mal, der KI-Technologie sehen und gar nicht abschätzen können, was in fünf oder in zehn Jahren, wenn eben aus diesen Kindern dann junge Erwachsene geworden ist, alles möglich ist und wenn dann halt eben später über diese biometrischen Merkmale es vielleicht möglich ist, irgendwelche Kleinkredite aufzunehmen, dann kann das das Leben des Kindes unnötig belasten, was ich natürlich als Elternteil eigentlich verhindern sollte. Ja, absolut. Hast du denn so abschließend noch irgendeine Nachricht oder eine Botschaft, die du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben würdest? Ja, und zwar egal bei welchen Daten oder bei welcher Situation, man sollte sich einfach immer bewusst machen, dass Informationen für sich neutral sind, aber natürlich auch jederzeit gegen mich verwendet werden können und dementsprechend sollte ich mich einfach bei allem immer wieder fragen, entspricht das meinen Bedürfnissen oder meinem Risikoprofil und brauche ich das jetzt wirklich, also auch in Bezug auf irgendwelche Apps, Applikationen oder irgendwelche Online-Foto-Bearbeitungs- Filter-Tools da einfach sich selbst immer entsprechend kurz innehalten und fragen, was könnte denn im allerschlimmsten Falle passieren, ja, und wenn ich mit den Konsequenzen, die mir dann in den Kopf kommen, zufrieden bin oder wenn die für mich akzeptabel sind und dann kann ich natürlich mit meinen Tätigkeiten fortfahren, ansonsten vielleicht ein kleines bisschen Zeit investieren und zu prüfen, ob es nicht Alternativen gibt, die mir selbst dann einfach besser zusagen oder besser gefallen. Das kann ich absolut unterstützen, da gehe ich komplett mit, ist eine sehr gute Denke und ja, also vielen Dank dafür auch und wie gesagt, wenn ihr jetzt Interesse bekommen habt an dem ganzen Thema rund um Open Source Intelligence, wie gesagt, ein Blick in die Shownotes unten wird euch zum Jannis führen und auch zu seinem Unternehmen und natürlich auch zu den Kursen, die die Q-Skills dazu entsprechend im Portfolio hat und damit sind wir tatsächlich schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen, das ist übrigens die vorletzte Folge von unserem Blue Screen Interview Format in diesem Jahr, wir hatten ja jetzt in der letzten Folge den Thomas Michalski, der als Pentester unterwegs ist, schön, dass wir jetzt noch einen OSIN Spezialisten hatten mit dem Jannis und in der tatsächlich letzten Folge, die dann am 20.12. rauskommt, da haben wir dann nochmal ein kleines Sonderfeature für euch, da werden wir nämlich über die Top 10 Security Fails sprechen, mache ich natürlich nicht alleine, wen ich da zu Gast habe, das verrate ich aber heute noch nicht und da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Jannis, nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und so in die Detailkiste auch gegriffen hast, das war wieder sehr, sehr anschaulich erklärt und ich glaube, so manch einer hat sich vielleicht auch während des Konsums von unserer heutigen Folge selber die Frage gestellt, oh, was könnte man denn gegen mich vielleicht verwenden, das hoffe ich zumindest, dann haben wir zumindest unseren Job hier ganz gut gemacht. Freut mich wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, gerne wieder. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Möglichkeit, das Thema entsprechend anzubringen und auch von meiner Seite, also jederzeit gerne wieder. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Thema, was kommt und bleibt. Ja, dann dir noch einen wunderschönen Tag, euch, je nachdem, wann ihr uns hört, einen schönen Tag oder eine gute Nacht, manche hören den Podcast auch zum Einschlafen, habe ich gehört, nicht weil er so langweilig ist, hoffentlich und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch zur nächsten Folge von Blue Screen wieder einschalten würdet. Habt einen guten Tag, bis bald, ciao. Bis bald.